Falls dein Selbstvertrauen noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt. Selbst ich hatte einen Makel, man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid. Aber ich habe mein Handicap überwunden, das meine ich ernst. Warum? Nein! Au! Nochmal, weiter, das muss ich jetzt noch... Oh mein Gott! Pass auf! Also theoretisch... Ha! Ja, ich bin drüben, vielleicht ja erstmal. Warte, ich schick die, ich... Ich weiß nicht, ob das... Ich bin drüben, aber... ...egal, ich komm her, komm her. Da, geh rein. Aber ich glaube, das ist falsch. Das macht er da oben auf, aber da... ...da ist auch ein Schalter, wir müssen trotzdem da hoch, da ist nämlich ein Schalter. Warte mal, warte, 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 ich weiß, 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 Weeeeeee Drück den Button Dahinten Gut Dann darfst du jetzt nochmal runter gehen Das sieht göttlich aus von hier Okay Ja, das war jetzt auch Sind die Portale gesetzt? Wuhuhuuui Au au au, nein ich komm durch Vor allen Dingen jetzt fängt erst die Kamera an Ich drück den Knopf Da? Ja Sehr gut Sehr gut Sehr gut Moment, später oder früher? Früher Jetzt drück ich Ne, da drück nichts Drück ich jetzt Da kommt er, da kommt er Nein Da kommt er, da kommt er, bitte 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 Ja Uiuiui Glückwunsch zum Abschluss des letzten Tests Aber etwas beunruhigt mich Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? Gut Bist du Ha Huh Hi clic Huch 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 D